Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde der Attack of the B-Team mit der Chico. Ja, und dem Simon. Genau, ich bin noch auf dem Mond unterwegs und das war ich jetzt schon eine ganze Weile. Ich habe jetzt schon 17 Meteoren und fliege gerade zu meinem 18. Das ist dann auch der letzte Wehr und ich glaube da hinten war direkt nochmal einer, wenn ich das richtig gesehen habe. Wäre ja ganz gesiegt. Nehmen wir vielleicht noch einen mehr mit, falls ich einfach uns. Ja, besser ist das. Wenn da hinten einer ist. Komm her, komm her, komm her. Wunderbar. So, war das einer? Ne, es war keiner. Ne, alles klar. Dann mache ich mich zurück auf den Heimweg. Ich glaube, der war irgendwo in die Richtung. Und dann geht es heute an die große Rakete. Ich glaube, das schmeiße ich es einfach mal weg. Wahrscheinlich brauchen wir das noch irgendwann und ich denke dann so, oh mein Gott, wie da hast du das weggeschmissen? Okay, ne, ist das gut. Ja, ich habe das auf dem Mond gefunden und nachher ist das was wichtiges und dann wäre das echt durch, dass es dann irgendwo an der Rakete unten rein muss oder was weiß ich was oder so. Oh, wie sieht denn der aus? Der scheint komplett in das Skelett. Okay. Oh Gott. Es packen immer mehr Tiere auf dem Mond, das ist so krass. Irgendwie packt unsere ganze Form halt auch schon auf dem Mond rum. Na ja. So, einmal ab damit durchs Portal und dann geht's. Hier rein. Die Deep Storage Juniors von oben angepowert werden? Ange- angedingsbums? Ah, ich tue es dir. Ja, dass sie da rein nockeln. Mhm. Ja, wo es von oben kommt. So, jetzt war ich dran an einer Rocket. Rocket. Jetzt müssen wir schon mal gucken, wie ich das mache. Hier zwei Rocket. Oh ne, natürlich nicht Pre-Filled, sondern hier nochmal. Wir sehen nicht den Cheat-Modus. Die Heavy Duties, die waren Compressed Browser, Compressed Aluminium, Compressed Steel. Oh Gott, Aluminium war wieder das Problem, glaube ich. Ja, wir haben nicht mehr wirklich viel. Ja, dann mach sie auf. Mhm, ich merk schon. Ich hab einiges Iron, Ferrero's, nee, nee, Plastik. Also, ich glaub, das da kann ich auch schon mal einbrennen, weil dann bekomm ich auch schon mal die hier raus. Auf das. Genau, und dann, wie war das? Ähm, ja, ne, 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 ich brauch eine Tier-Sweiler-Karte. Und die hier, und im Ingot-Compressed-World. So, also, ganz normal müsste ich auch hier gehen. Ja. Okay, dann müssen wir mal schauen. Ähm, hab ich noch eine Möglichkeit, irgendwie Browser zu machen. Ja. Aber auch nicht mehr so viel, so wirklich viel, ne? Brats haben wir noch ein bisschen, aber ich glaub, das war's nicht. Aluminium, das da, mach ich auf jeden Fall mal. Das hau ich auch hier durch. Voilà. Oh, voilà. So. So. Ja. Ja. Das heißt, jetzt machen wir mal hin, dass wir was sehen. Und denn hier brauchen wir, das haben wir eigentlich, ach, hier, ne, sorry. Haha, 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 Compressed-Aluminium. Ähm, Compressed-Bronze und Compressed-Zinn brauche ich auch schon mal nicht. So, Aluminium mach ich mir grad relativ viel und Bronze, wie krieg ich Bronze? Packst 1 Sinn zu 3 Kupfer in den, ähm, Induction-Smelter. So, ja, ja, genau. Stimmt, 1 Sinn, Copper, oh, bra, 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 cover, auch nicht mehr zu viel. Glöpfer, ähm, um Sinn, puh, und Block auf Aluminium haben wir da noch, Lead? Aaaaah, und ich mit dem Tinker's Aloe Ingrid, was war denn das da, oh Gott! So. Was ist das? Ach man, kacke, scheiß Ohre. kein plan der kollege hat hier noch was drin der körper hat auf jeden fall drin elektrikum block of copper die haben keinen mehr die gesto aus der ingot okay und die kriege ich nur so okay jetzt bin ich irgendwie leicht ich glaube ich muss gehen weil wir haben kein schade was ist hier drin also ja das rote ist ganz 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 nach hinten verschieben uns grün ist ganz ganz nach vorne verschieben sozusagen koppel haben genügend aber zinn oh ne how it looks like jetzt der moment macht mir einen blitz silber ich weiß nicht wie zinn wieder aussieht so sieht es aus alles klar meine spitze könnte ich auch mal verzaubern lack oder sowas ja ganz cool habe ich fackeln dabei so alles spielt das stimmt auch das stimmt 10 10 10 10 10 lass mich ding 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 das ist nicht schön brauchen ganz ich glaube hier der baum einfach mal 38 ich glaube das reicht auch mal zumindest für eine ein bisschen gesagt um ein flug noch zu gemacht das kannst du nicht machen da kommen wir hier mal rein sind silber liebten hier so gib ihm ja und was habe ich jetzt eigentlich so und jetzt brauche ich habe kein strom mehr kann das sein wo haben wir denn die baumfarm stehen jetzt aha sehr gut ja das sieht gut aus ja schön ok ok oh ja jetzt haben wir auch wieder strom jetzt macht es hier wieder tingle tangel das rubber baustuhl ist gerade ja ok wir haben noch mehr ich noch noch rubber baust unten wenn du auch mal kann ich brauche plastik ach so in dem fall haben wir denn hier noch drin nichts mehr und hier das tut kann ich das also nähe aber wir haben keinen pulver es heißt das nehmen kann ich nicht dann muss ich das jetzt kommt das gut das funktioniert ja und in welchen ofen muss ich das dann tun ja ich glaube das sieht gut aus und dann kriege ich lol sind das die denn wir haben ja doch aber noch mehr als genügend oder äh muss man schon probieren ja lol von denen haben wir mehr als genügend dann haben wir mehr als genügend die heiße noto komisch tinkers alloy ja keine ahnung das war mir vorher nicht ganz sicher ob das das ist so heißt es besser naja egal so das reicht auf jeden fall jetzt brauchen wir bloß noch strom nicht ja das tue ich mal hier rein ja dann kriege ich das ja doch schneller hin als ich denke okay ja dann brauche ich bloß noch aluminium ganz hier schauen wie das geht hier aluminium wie waren die kompresst aluminium äh ja ich würde gerne wissen drei aluminium ingots oje wir brauchen strom äh verdammt aber es braucht auch leitungen das hat nicht funktioniert mit den aluminium ingots aber doch jetzt funkt achso wir hatten vorher kein strom darum hat es nicht funktioniert ja das ist natürlich nicht so schlau ach Mist kann ich dir bei irgendwas beschützig sein nö dann soll ich ein bisschen kohle holen mhm das bringt uns gerade auch nicht weiter obwohl nicht nein tut es nicht auch aber strom dann pack dir strom und packen keine leitung und dann gibt es aber ja gar nein nein ich ich I don't touch anything na natürlich nicht gerade du nicht ne oh was ist das was macht der Hebel hier mhm ach das ist das fein kann ich da was reintun mhm ich will ja nichts sagen ne aber was nix ich nehm die kohle einfach wieder ich kann nämlich die kohle ich kann nämlich auch ohne strom arbeiten ich habe nämlich ein kohle hammer damit kohle hammern kann ist er der hammer der kohle hammer ist der hammer finde ich auch ein hammergerade äh wie soll ich noch ach ne ich arbeite noch ich dachte schon ding da ding ding und ich weiß nicht wie viel ich brauche ich brauche auf jeden Fall ähm wo habe ich denn die hier 18 Stück davon 18 Stück davon 18 Stück davon 18 Stück davon und eigentlich noch viel viel mehr ja ich brauche echt mehr ich brauche echt mehr ich brauche strong kann ich die Handel fennen nervt mich nicht ich mache ja schon ja nerven das kann ich gut hab ich gehört was ist das pass es nicht an don't touch this ah ein Loch da 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 don't touch this ah don't touch this oh don't touch this oh yeah oh jetzt oh guck mal die leitung sieht viel cooler aus wenn man die so macht so oh gut die kann man sogar farblich machen die sieht doch cooler aus oh god wasser wo kommst du denn hier nach so da kommst du ja okay ich fixe es wieder hm wenn das nicht ordentlich fix dann was machen wir denn das oh oh nein nein das ist ordentlich gefixt ich hab nichts gemacht ich kann alle bezeugen hm Haben wir Wasser? Nein. Schade. Wo kommt denn das Wasser eigentlich? Hier, warte mal. Item Duct, Item Duct, Item Duct. Okay, ich muss... Ah, jetzt verstehe ich dich. Nicht. Verpiss dich, du Fleckermaus! Raus aus meinem Loch! Oh, sie puddelt mich ein. Gart ein. Komm ich hier raus? Oh, ihr hängt mich raus. Ah, ist ja Fleckermaus überall. Ungeziefer. Total. Was soll das? Ungeziefer. Oh, dann nehme ich mal mit. Ach nein, mir fehlt eine verdammte Leitung, das ist doch ein scheiß Witz. Soll ich dir eine holen? Dann mach mir eine, wie wärs damit? Dafür musst du uns erstmal Strom besorgen. Oh nein, wieso? Was brauchst du für eine Leitung? Ich brauche Hartenglas. Und für Hartenglas brauche ich Strom. Haben wir keins mehr? Nein. Leer gemacht? Ja. Da wird damit tatsächlich nichts jetzt weggemacht. Wieso machst du sowas? Gell. Gell. Tja, dann muss halt so gut sein. Ach so, halt unschön. Oh, was war doch. Nein, gibt's einfach ein Dynamo weniger. Ich glaub, das ist Dynamo. Ja, Oshma. Ach scheiße, da hab ich noch was vergessen. Ja, schön. Könnt ihr auch die Patrie umnehmen. Alter, jetzt mach das doch mal. Wie machst du hier eigentlich drum? So unsichtbar durch die Gegend. Oder hast du dich wieder unsichtbar gemacht? Das kann auch sein. Nein, ich bin nicht unsichtbar. Ah, okay. Bei mir bist du unsichtbar. Tja, it's magic. Ah, it's magic. Nein, 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 nein. Hey, don't believe this. Wow, das hebt richtig lang die Kohle zum, diese Hammerding machen. Ah, aber auch echt lang. Und schon länger da zu verkloppen. Scheiße. Hab nicht genug Leitung. Oh no. Ein Ding. Ein Ding. Ja, kacke. Was brauchst du für Leitung? Bei ein paar könnten wir auch. Redstone Energy Conduits, oder? Ja, genau die. Wie viel brauchst du dafür? Warum? Weiß ich noch nicht. Also eine könnte ich dir entbinden. Eine? Wow, doch so viel. Ja. Ja. Schon, danke. Okay. Wo ist jetzt meine Dinge zu tun? Wobei, du könntest ja auch die billigen Leitungen nehmen. Davon könnte ich dir ganz viele entbehren. Die will ich aber nicht. Die bringen uns nämlich nicht viel. Ach, für die Baumfarm wird es reichen, oder? Zu spät. Ja. Okay. Äh. Äh. Halt, stopp. Machst du denn schon wieder hier? Bist du auch hier? Oh Gott, ich bin ja schon weg. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Merkt euch das. Ah. Werdet nicht abhängig. Braun. Das ist zu viel. Egal, das kommt jetzt einfach da unten drauf. So. So. Supp, supp, supp. Zack. Und hier kommt das denn. Jo, Floto. Wo ist denn hier so ein bödes Ding rum? Ah, Mann. So. Wofür? Sollte ich hier nicht was anderes stehen? Ja. Strom sollte hier stehen. Äpfel. Gib mir einen Apfel los. Einen Apfel? Mhm. Puh. Kann ich einen besorgen, ja? Apfel. Ach egal. Ich nehme eine Kiste. Was soll's? Ich habe einen Apfel. Ich habe ganz viele Apples. Come on. Ich habe dir einen Apfel. Äh. Kennst du das Video von der Annoying Orange? Ja. Hey, Apple. Ich bin jetzt der Annoying Apple. Mhm. Take this. Come on. Take this. Oh yeah. Reicht das? Irgendwann mache ich PvP an und dann wird das Schwert endlich seinen Namen verdienen. Ja. Ich würde das passieren. Ja, ich... Ich müsste jetzt irgendwas machen. Nanananananananananana. Es regnet ein Apfel. Ah, verdammt. Ich muss mein letzter Kondoid hin. Hm. Hm. Ja. Du wolltest meine nicht. Das Raining Apple. Halleluja. Schade, dass man dafür den Server neu starten muss. Schade, schade. Für PvP? Mhm. So was doof ist. Heute hatte ich echt die Chance, das zu fixen. Mhm. Hm. Tja. Ich hätte fast alles kaputt gefixt. Ja. Du warst echt gut dabei. Nah dran. Aber dann kam das... What? Open Block. Open Block. Ja, das Ape... Das Backup. Hmhm. Ah, verdammte Äpfel. Scheiße. Zeig's hier. Ich muss Strom. Habe ich das schon erwähnt? Halt die Klappe! Und mach was Sinnvolles. Ja, ich würd' ja echt gern. Ich bin auch echt schon dran. Geh Quarz suchen. Was? Was? Geh was suchen? Geh Quarz suchen! Nicht was suchen! Geh Quarz suchen! Ahnö, nö... Dafür muss ich so weit weg... Und dann legt der Server wieder... ...und dann ne... Das mache ich, wenn der Server auf einer richtigen Art herläuft. Und ungebrüht rüsselt. Ich kriege den Anfang mit Fiblii ein... So ein scheiß Peanutpil... Bring mir die allletzte... ...Redzone Energy Conduit... Lass, tu's! Ja, ich tu's, ich tu's! Die eine, die ich entbehren kann. Ja, her damit los, tut mir sofort. So, die kann ich nur temporär entbehren, aber ich kann sie entbehren. Wo bist du? Hier. Ach, hier? Warte mal. Unter dir. In dem Loch. Hier, in dem Haus. Ja, danke. Weiß nicht. Vielleicht... Ah, hast du sie bekommen? Ja. Das ist lustig, du sammelst sie ein und sie fliegt zurück zu mir. So voll buggy-mäßig. Oh Mann. Egal, Hauptsache funktioniert. Die unsichtbare Chico. So, jetzt rauche ich noch den Akkumela-Dingsbums. Akkumela-Dingsbums? Ich glaube, echt. Du gehst hier einfach hier hin und fixen. Sorg mir ein Eimer Wasser los. Ein Eimer, ein Eimer Wasser. Ein Eimer Wurtho. I, I take it. Oh Gott, wo ist das? 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 Weggepackt. Gott. Come on. Come on. Ähm. Und besagt mir, Anni, wo ich nicht. Schon gut. Ein Eimer Wasser. Oh, das funktioniert. Ein Eimer Wasser. Ein Eimer Wasser, Wasser, Wasser. Lass mich, lass mich gucken. Ich finde kein Eimer Wasser. Dann besagt mir aber einen. So spät. Nein, nein, ich habe einen. Ich bin schneller. Ich bin schneller. Ich habe einen. Äh. Äh. Wo bist du? Wo ist das hin? Ich auch. Aber an der falschen Stelle. Da wolltest du ihn nicht haben. Nein. Ihr wolltest du ihn haben. Ah, ich hätte es wissen müssen. Ah, so. Dann pumpt er schon. Aha. So. Dann pumpt er schon. Mein Gott. Hat auch einen Eimer gesetzt. Ah, ah. Super. Oh, toll. Ich habe ihn umgehauen. Oh, ich habe ihn umgehauen. Unsere ganze Viecher sind weg. So, jetzt kapiere ich das. Ich sehe jetzt gerade die Viecher vom Mond und die Mondviecher senden mich nicht auf den Mond. Oh Gott. Das ist kompliziert. Huch. Oh, als Fledermaus kann man sich hier reinpacken. Guck mal. Hä? Warum füllt sich das nicht? Na, ist das auch wieder so verpackt? Weiß ich nicht. Da musst du wieder einen Redstone tun, glaube ich. Nein. Der aufbült automatisch. Ah, stimmt. Aber warum füllen die sich nicht, ne? Ah, das ist wieder wie bei mir. So verpackt. Ups, jetzt habe ich eine Kunde wieder eingesammt hier. Ich bin schon weg. Ich bin doch schon weg. Ich bin doch schon weg. Das sei denn, dass die sich nur von hinten mit Wasser füllen. Naja, aber von oben, das kann sein. Also, ja, so meinte ich wohl. Letztes Mal haben wir die, glaube ich, auch, oder? Ach, war dieser, dieser scheiß Aufbau geht mir jetzt schon auf den Sack. Ähm. Jaha. Dieses Gämmere nervt. Ja, extrem. Aber was soll ich machen? Ah, die füllt sich auch nicht. Ähm. Ähm. So ein Output nach oben. Ja doch, hast du reich. Ja doch, hast du reich. Ich dachte zumindest. Ich hätte es mit Obsidian machen sollen. Ich habe sogar noch 8 Stück gehabt. Sorge genug für diese Folge. Definitiv. Okay, alles klar. Ich habe kein Wasser. In dem Fall, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ab dem Output. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.